Tschau zusammen, ich bin Markus Ziegner und das ist ein feines Stück Emmentaler AOP. Gemacht wird der Käse in über 100 Dorfkäsereien, wie zum Beispiel Lombis, Hergiswil, der Zielschlacht. Oh, das ist der Schöne, hast du gesehen? Das ist der Schöne. Und da hier, das Bachsteinmühle und das hochschnausige Gärtli. Wohnt nicht da jemand? Und da wird der Käse gemacht. Das müsstest du ja mal im Fernsehen bringen. Und da wird der Käse gemacht.